Stomni TV mit Christian ist 2. Kreisliga 4, Ziffern unter Asbach 3, hat den Asbach Zirndorf zu Gast. Christian Gär schlägt auf, Knoppenspiele von Ziffern, lag hier dem ersten Satz lange hinten, hat ihn dann knapp zu 10 gewonnen. Jetzt Aufschlag, Schlagmann Asbach zum Insetzen, wie gesagt, 0 zu 1, also Christian Gär führt. Aufschlag, Schlagmann Asbach, Schlagmann Asbach, Schlagmann Asbach 1-24-Serie Burt, Schlagmann Asbach. Schlagmann Asbach 2000. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.